Dankeschön. Leute, ich hatte ne 3er, 13er-Kill-Serie. Steh auf dich, Tim. Das sind alles solche Hacker. Das gibt's nicht. Das ist doch scheiße. Ja, pass auf, der guckt da raus. Der guckt da raus und ich hab ihm fünf Kugeln in den Kopf gejagt und er ist nicht tot. Da sind ganz viele Treppe runtergesprungen. Ihr müsst unten aufpassen. Ihr müsst unten aufpassen. Ihr geht bitte runter. Ihr dürft nicht C verlieren. Ja, toll. Ist schon zu spät. Kein Mensch denkt natürlich daran. Ja, ich versuch grad A einzunehmen. Ja, komm Justus, ich bin dabei. Das wollen wir jetzt aber auch. Let's get ready to rumble. Warum geht der? Ja, okay, A müssten wir eingenommen haben. Let's get ready to rumble. B haben sie eingenommen und C haben wir. Das heißt, wir können die theoretisch, ja sicher, dann kommen direkt von der anderen Seite welche. Wo sind die denn da oben im Haus? Jetzt wollen wir B wieder zu ergöttern. Hilfe bei 97 werde ich von rechts gekillt. Das ist so klar. Die sind doch alle rechts. Und da renn' ich jetzt nicht hin, bei aller Liebe, für den Sieg und für das Heil. Hör auf, ey, ganz ehrlich. Das hatten wir letztens schon mal in der letzten Aufnahme, weißt du. Alex springt so mit dem Fallschirm auf und was hast du da nochmal gesagt? Nein, mit dem Helikopter-Kamikatz für den Führer. Ja, genau. Echte, so niveaulos. Jetzt kommt mal zu B. Ja. Ja, das ist unser Alex. Wieso killt ihr mich denn alle jetzt? Jetzt arschgefickt spawnt bei mir und killt die Leute dahinten. Arschgefickt spawnt bei mir und killt die Leute dahinten. Was ist das denn für eine Ansage? Ja, Alex will nichts machen. Das ist einfach. Ja, genau. So sieht das auch. Ich finde, wir müssen ihn mal so richtig boykottieren. Einfach mal nicht zu ihm hin und niemanden killen. Und dieser Nerv nicht stirbt, dieser Scherz. Ah, ich habe ihn so geschlägt. Der hat ihn so verschissen hoch. Speed, Abschluss, Hochrecall. Dreck, scheiße, wurscht. Du blockt mich doch nicht, ihr Mangus. Jetzt, der ist aber tot. Ja, der ist tot. Da nimmt jemand die RPG bei der Kackgeschmiede an, der Noob. Ja, weil er hat dann beim zweiten Mal gekickt. Ja, beim zweiten Mal schon. Ah, erst beim zweiten. Nein, das war für mich die Ansage. No, ich ist das. Oh, ich habe Makka bekommen. Nice. Ewig Format, wir brauchen ganz viele Leute auf B. Ähm, ja, ich bin gerade... Nein. Äh, ich bin gerade hinter B. Äh, nee, ich bin sogar bei B. Wir könnten uns vielleicht C wieder einnehmen, wenn wir uns mal runterschleichen könnten. Wo sind wir, die Kid, Justus? Oh, hallo, Justus. Da kommt einer. Wo kommt einer? Da kommt einer, ja. E, wie um die Ecke, warum brauchen wir ganz viele bei dir? Ja. Aber ich krieg's hier nicht. Oh, warte, da kommt einer, die Akte ist doch Justus. Ja, das kommt jetzt, kommen die von hinten, oder was? Jetzt kommen die von hinten, die Mongos. Da ist alles voller Gegner. Ich spawne mal bei Sebi. Schlechte Idee. Kann ich bei dir spawnen. Oh, ich habe noch 8 HP und habe einen getötet. Ich habe einen genäuft. Das ist so gut. Wir müssen irgendwie raus. Wir müssen uns zumindest wieder... Da kommt jemand rein. Nein, ich krieg ein Messer. Ey, der hat mich an der Gemässer hat. Alter, Vater, leck mich an der Muschi. Das ist doch echt brutal, wie viele Gegner da rumlaufen. Das ist schon nicht mehr menschlich. Das ist schon... Wiederbeleben, wiederbeleben, wiederbeleben. Zack, Granate. Hier ist das Spawner bei dir. Oh, das sind überall Gegner. Ja, okay. Schlechte Idee. Medikids hier wiederbeleben, bitteschön. Da, zack. Marker, da, hier, Medikids. Komm, jetzt geradeaus durch, geradeaus durch. Monologe, FTW. Ja, geradeaus. Ab geht's. Boah, ich scheiße da sowas von drauf. Bam, loopt you. Ich krieg noch... Auf der rechten Seite in den Läden sind welche. Oh, dankeschön. Warte, bist du das, der da? Der Trick ist, du musst niemanden mit deinem Luke-Typ töten, sondern einfach nur reinschießen und alle rennen weg. Leute, da ist einfach so ein Gegner rein. Pass auf. Ich bin hier jetzt in den Firmen, da guckst alle einfach so ein Supporter mit der M9. Ah, die Garnate bringt viel. Leute. Auch nur Hilfe bei Kill, ey. Braucht man einen neuen Mund. Ich soll hier auf jeden Fall nicht rausgehen. Das ist immer schon, lautet schon mal die Devise hier. Glock. Oh, ich sag mal, 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 nein. Nein. Oh, Mann. Was ist los? Ich war mit RPG getötet. Jetzt wurde ich gekillt vom Up-Man. Oh. Ja, ich dachte, ich krieg wieder nur einen Hitmarker. Warte, Alex. Bleib mal am Leben. Ich dachte, ich krieg wieder nur einen Hitmarker. Kann ich bei euch spawnen? Ja. Oder ist das schlecht? Warte, pass auf, ich belebe jetzt einfach alle wieder. Meine Wiederbelebung. Läufe, 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 Läufe. Keiner weiß, kommen wir gerade so rein. Alter, hast du nicht gerechnet, ne? Es braucht bei mir, es braucht bei mir. Go, 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 go. Ich kann außen rum, ich kann außen rum. Okay, ich bin tot. Aber ich hab... Und der überrascht ist, der Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch, sind hier viele Gegner. Aber so richtig, Mann. Es ist 0, 0, 0 Uhr. 0, 0, 0, 0 Uhr. Und jetzt ist 0, 1. Oh, hier ist ein Toter, hallo, Toter. Und darf man hier Shotguns benutzen? Ja, gott schon. Okay. Nein, just. Connor hat er, weg, ja? Wow. Oh, hat der Multikill. Oh, ich hab Medic Metal, 10.000 Punkte. Oder? War das Multikill hat der denn? Die Medic Metal, wann bekommt man eine Medic Metal? Die sieht ja echt zielengal aus. Die Medic Metal? Das ist ja nicht so ein cooler Doktor, wer. Oh, dann Toter. Hallo, Toter, ich hab mich geneift, hilf aber kill. Ähm, ähm, hinten am Eingang. Auf der Linken. Gar nicht, überall Toter. Oh, was nämlich da mal, jetzt hab ich die DOA genommen. Oh, wunderschön, Alter. Das ist DAO, aber... DAO, mein ich ja. Dank den, dank den roten Punkten, oder den roten Dreiecken durchrauf, ne? Hey. Oh, ich hab nur einen getötet, und dann hat mich die gleiche Waffe weggeholt. Da schießen immer noch Mongos mit RPG rum. Oder Small, whatever. Alles das Gleiche. Boah. Böse. Ah, da hat einer auch nur. Oh, oh. Oh. Uncool. Medic Hütz. Nur meine Medic Hütz. Monologe um Gegner. Hinten kommt einer mit der DAO. Chris 44. LOL, hast du das grad auch gelesen, dass da jemand was direkt auf Facebook weiter gepostet hat? Was? Wie? Wo? Stand da grad, dass da jemand, äh, die, ein Doctag von jemand anderem auf Facebook gepostet hat? Ja, das hab ich auch schon mal auf dem Server gesehen, irgendwie. Keine Ahnung. Das würde ich doch niemals machen. Irgendwie, weiß nicht. Ah. Aber ich bin da nicht so der Typ für. M320. Boah, da steht noch grad so ein Chat, M320 verwiesen. Achso, der Krill sie. Ja, auch nicht schlecht. Okay. Überlebe mal kurz, Ebi. Wow, der, der Sniper schoss, der war knapp an meinem Kopf vorbei. Äh, ja, ich überlebe kurz. Fertig, überlebt. WTF, mein Text. Hat auch gepostet. WTF, mein Text on Facebook. I don't get it. Loll. Jawohl. Na, wie aber die Texte auf Facebook posten. Ja, das kannst du, indem du deinen, äh, Battlelog-Account oder was auch immer für ein Account direkt mit deinem Facebook-Account verlinkst. Ja, und ich glaube, man darf aber nur noch ein Plug-in und dann geht das wahrscheinlich ein Server-Plug in. Ja, keine Ahnung. Ja, ja, stimmt. Wahrscheinlich, ja. Das ist ein Schott, das Schatz. Ja, genau. Genau so sehe ich das auch. Nur ich wollte es nicht so ausdrücken. Leuer sich, als haben die uns direkt vor seiner Nase eine Rauchbombe hin platziert. Eine Rauchbombe? Ja, eine Rauchbombe. Alter, wie ich den, wie ich den nicht treffe, ne? Sky ist, oh, ich wurde geneift. Schade. Wo denn? Sky ist in der Mitte, genau. In der Mitte, genau. Neben dem Häuschen. In dem Häuschen. Ja, ja. 1129er. Ja, ich hab den. Warte, ich bin wiederbelebt. Ja. Nice. Und manche einfach in den offensichtlichsten Position hocken und dann... Ah, ich hab den Sniper gefordert. Ja, da schnallen die nicht, wenn du so ganz offensichtlich irgendwo rumgehst. Das kapieren die ganz oft nicht. Richtig geil. Oh, dieser Kinogant, so der, entweder hat er an oder der ist übertriebe gut, ey. Wer? Der ist richtig amt. Leu. Der ist auch wo 23, 23, 24, den. Den hab ich nicht gesehen. Alex, wir spielen PC, also ist er am hacken. Ne, das kann man nicht unbedingt sagen. Guck mal. Ja, ne. Ja, aber das ist so 99% der Fälle, so wenn jemand gut ist. Ha, genau. White Relic. Oh, sie soll mich einfach um, obwohl ich gekillt werden könnte. Oh, ich hab den Gegner nicht die Wand gesehen. WTF? What the fuck? Ja, Alex. Alex, hast mal wieder an. Hast mal wieder an. Nein, das ist der Name. Ja, ja, Alex, mach mal schön aus.